Eishocker Derby in Rekagraben, Köttmersdorf, Natureis Derby, Stammtisch Spichler gegen Stammtisch ohne Namen, dritte Stripper, spannendes Spiel, Stand 9 zu 4 für Stammtisch Spichler, die jetzt von rechts nach links spielen, in den bunteren Trikots, Stammtisch ohne Namen, in den weißen Trikots, Spielstand 9 zu 3 und ein Tor für die Stammtischspieler, Stammtisch ohne Namen, 5 zu 9, Spielstand, drittes Drittel.